Jo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man beim Modus Blackout in einen Felsen hineinkommt. Das ist ziemlich einfach weil dieser Felsen ist richtig verbuggt und wenn man da rein liegt, da sieht man wirklich gar nichts mehr. Wie ihr seht, nicht mal den Einfinger schaut da raus. Man ist wirklich komplett in dem Felsen drin. Man kann da auch zu zweit reingehen, aber wo man das findet, ist genau neben der Baustelle da bei diesem Ort. Also gleich links von der Baustelle, ganz im Spitz kann man da reingehen. Und ja Leute, ich hoffe euch hat das kleine Tutorial gefallen. Man hört sich im neuen Video wieder und bye bye.